Wie wollen wir leben? Zukunftsentwürfe für eine alternde Gesellschaft. Bei der zunehmenden Lebenserwartung allerdings müssen wir uns auch die Frage stellen, wann ist man alt? Und das ist eine Frage, mit der sich die GDA schon seit 40 Jahren befasst. Und das ist eine Frage, die für den in den nächsten zwei Tagen folgenden Kongress sicherlich eine große Herausforderung für alle stellt. Ich freue mich drauf.